Moin Leute, was macht ihr denn hier in meiner Mülltonne? Ach ja, da war ja noch was. Falls ich mich dunkel daran erinnere, habe ich irgendwann mal in so einem kleinen Video in Thailand mal zu so einer Challenge aufgerufen. Es ging darum, Müll zu sammeln in der Natur. Ihr wisst, ich reg mich regelmäßig auf, wenn Leute hier ihren scheiß Müll einfach in die Natur schmeißen. Und ja, die Resonanzen waren erschlagend. Wir haben bis heute, warte, der Counter läuft, null Antworten. Ich habe weder ein Foto gekriegt, noch habe ich irgendwie ein scheiß Video bekommen. Irgendwie, weiß ich nicht. Leute, juckt euch die Natur nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir mal fragen, ob die keine Lust haben oder was. Ob ihr kein Bandmaß habt, was acht Meter lang ist. Also ehrlich. Also jetzt nochmal der Aufruf. Schaut euch das an. Ich verlinke euch das Video oben hier nochmal und in der Videobeschreibung. Und ja, ich verlange von euch, dass ihr das tut. Es geht hier schließlich um unsere Welt, nicht um meine. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.